Hallo liebe Neverland Venture! Warum habe ich das gemacht? Man weiß es nicht. Ganz viele tolle YouTuberinnen machen gerade ein Share the Love Adventskalender. Und ich darf dabei sein. Ich bin Türchen Nummer 20. Und bei mir wird es heute magisch. Ich habe nämlich von meiner Mama einen Magic Adventskalender bekommen. Allen Bedenken entgegen, das sei doch nur für Kinder, zitiere ich meine Mama, die da sagt, das ist nicht für Kinder, das ist für Zauberer. Aber ich brauche dazu meinen Umhang, was kein Pullover ist, und ein Zauberhut. Oder vielleicht auch lieber nicht. Ihr könnt anfangen. Vegas Films. Präsentiert. Und was darf auf keinen Fall fehlen? Der Zauberstab, meine lieben Neverland Venture und Neverland Ventureinnen. Warum höre ich mich an wie ein Politiker? Ich bin Zauberer. Guckt ihn euch an, das ist ein ganz normaler Zauberstab. Oder nicht? Wartet. Oder etwa nicht? Oder etwa nicht? Guckt euch diese Karte an. Na? Und nun? Abra. Kadabra. Man kann es nicht erklären. Wir haben hier eine kleine Weihnachtsbox. Diese Weihnachtsbox ist komplett leer, wie ihr seht. Boom! Boom! Es schneit. Meine Schneefleckchen sind etwas zerquetscht. Ich mache es nochmal für euch. Leere Box. Es hat geschneit. Und nun? Ah! Mein nächster Trick. Wir sehen hier zwei komplett geschlossene... Zwei komplett geschlossene Ringe. Ich verdecke auch nichts mit meiner Hand. Die sind einfach mal voll zu. Abra-Kat! Ich habe den Zauberspruch nicht zu Ende geführt. Das muss man machen. Abra-Kadabra-Dingsbums. Und nun? Zum Grand Final. Boom! Kommen wir nun zu meinem Zauberstern. Er geht... Oh, Moment. Mein Zauberstern. Der geht nur, wenn ich es von ihm will. Jetzt. Drei, zwei, eins. Hier ist ein Ball. Und ich werde es auch nicht schneiden, damit ihr nicht denkt, ich mogel. Weil ich kann ja wirklich zaubern. Wisst ihr, ne? Aus einem Ball werden... Boom! Zwei Bälle. Äh, wie habe ich das gemacht? Ich werde es nicht verraten, denn ein Zauberer verrät nie seine Tricks. Ihr werdet nun gleich hier in der Mitte etwas sehen. Ich hoffe, das klappt auch mit der Kamera. Auf die Plätze, fertig. Seht ihr was? War es vielleicht. Eine Karte mit einem Stern und eine Karte mit vier Stern ist gleichzeitig eine Karte mit zwei Stern und eine Karte mit fünf Stern. Ich habe hier drei Kreuzkarten. Zwo, Ass und Drei. Merkt euch das Ass. Ja? Lege ich nun so vor mich hin. Wo ist wohl das Ass? In der Mitte, sagt ihr? Hm. Es war doch die Drei. Magic. Dies ist ein ganz normales Frühstücksei. Oder nicht? Aber ich kann noch einen Zaubertrick. So, jetzt habe ich mir noch ein Glas Cola gemacht. Und nun geht es weiter. Und nun, meine Damen und Herren, habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Mama Vegas. Hallo allerseits. Pass auf. Ziehe irgendeine Karte. Ich gucke nicht hin. Und dann? Äh, behältst du die? Ja. Und sagst nicht, welche Farbe es ist. Und? Ach, scheiße. Nee, aber ich weiß nicht. Gib nochmal her. Ich glaube, du musst noch ein bisschen üben. Pass auf. Ja? Es war nicht blau, sondern rot. Richtig. Da ist sie. Ha. Zweiter Trick. Ich bin verblüfft. Hier sind Symbole drauf. Mama sucht hier mal ein Symbol aus. Ja, hab ich. Äh, hier ist das Symbol auf dieser Karte. Ja. Moment. Ja. 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 Gibt's doch nicht. Ja. 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 Nein. Nein. Es war das Fragezeichen. Ja. Oh mein Gott. Glaubst du dran, dass ich Zauber werden kann? Natürlich. Und nun? Oh. Ich hoffe, ich konnte euch verzaubern. Und nun warte ich eigentlich nur noch auf meinen Brief aus Hogwarts. Es wird ja auch mal Zeit. Freischwurst nur 1,99. Wenn du mir Zeit halkst, dann evtl. Das ich inzwischen verweilen kann. Und dann kann ich jetzt wieder mal auf aber dran beiscen. Und dann werden wir ja auch ein paar Mal auf den advantageschio habt. Und dannultura das jetzt natürlich auch anhaltssätzlich in der Karte. Vielen Dank.